Er heißt Fasad Jamil und kommt aus Syrien. Das Boot ist immer noch unter Wasser und die tote Familie auch. Nach der Katastrophe, die ihnen passiert ist, wollen sie jetzt auch ihren Bruder bei sich haben. Was ist das? Ich bin ein Mann. 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 Ich werde sie sehen. Ich werde das Ziel kommen.